Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Felix und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute soll es mal um das Elipal Titan 2 gehen, eins der angeblich sichersten Hardware-Wallets überhaupt auf dem Markt. Und ich konnte das jetzt eine ganze Weile testen und dachte, ich mache mal ein Video dazu. Ich bekomme auch kein Geld für das Video oder so. Ich habe nur hier dieses Hardware-Wallet zugeschickt bekommen von einem Kollegen und habe das jetzt einfach mal ein ganzes Stück benutzt, um zu testen. Hey, bereichert mich das? Ist das geil? Ich habe jetzt Tresor getestet, Tangem getestet, Ledger getestet und noch einen ganzen Haufen Software-Wallets, Hardware-Wallets und, und, und. Und ich muss sagen, ich bin halt einfach ein fucking Ledger-Fanboy. Ich habe hier bestimmt 20 Stück auf dem Tisch liegen, einfach weil ich den ganzen Tag damit arbeite. Aber dieses kleine Ding hat tatsächlich, nachdem ich anfangen dachte so, was will ich denn damit? Das ist so ein bisschen groß, das ist, hat Display, ist ein bisschen langsamer und sowas. In der Hinsicht so klick, 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 Ledger, alles klein, alles wie Linux, sage ich mal, wie Terminal. Aber das Ding hat echt eine coole Nische und ist gerade auch was für Anfänger oder wer sehr, sehr viel unterwegs ist. Man sollte dazu sagen, das Ding ist wirklich aus einem Guss und sieht richtig, richtig cool aus. Das hier ist jetzt aus der Bitcoin-Halving-Edition. Ich muss das mal so ein bisschen neben mich halten, dass man hier noch das sieht, weil sonst die Kamera das nicht macht. Und man sieht hier, das hat ein Display, das ist wie ein kleines Handy, wenn man das so nimmt. Man kann das hier entsperren. So, zack, habe ich mein neues Testkonto entsperrt. Und dann sieht man hier die ganzen Tokens. Man sieht, das verrutscht eigentlich nicht. Und wenn ich jetzt mal hier mein iPhone daneben halte, dann sieht man ganz gut die Größe dazwischen mal. Und zwar ist das nicht viel kleiner als mein Handy. Und das ist richtig, richtig cool. Dazu sollte man sagen, das Ding kann nicht an den Rechner angeschlossen werden oder an irgendein anderes Gerät. Sondern ihr braucht dafür so eine kleine Dockingstation, wenn ihr das überhaupt aufladen wollt. Ist vielleicht ein kleines Manko, kann man aber immer in die Reisetasche mitstecken. Es hält eigentlich auch ewig, wenn ihr es ordentlich ausmacht. Wenn ihr es nicht ausmacht, dann hält es nicht ganz so lang, muss man dazu sagen. Aber wenn man das immer ausmacht, nachdem man es braucht oder so, oder mal die Stunde am Tag, was man es braucht, dann ist das richtig, richtig cool. Wo habe ich meine Nische zu Ledger gefunden? Weil ich bin eigentlich immer noch Ledger-Fanboy, muss man sagen. Fürs Arbeiten, um schnell durchzudrücken, um die Hashes zu lesen oder so, ist Ledger immer noch absolut top. Aber man sollte dazu sagen, nicht jeder will die Hashes lesen, nicht jeder will einfach durchdrücken und muss schnell damit arbeiten oder so. Sondern ein Display ist gerade für Anfänger wirklich geil. Habe ich am Anfang nicht gedacht. Es dauert natürlich ein bisschen länger, eine Transaktion zu unterschreiben, auszuführen. Weil es zeigt euch mehr Infos an, ihr müsst ein bisschen hin und her scannen. Ihr löst die Transaktion aus auf dem Handy, dann scannt ihr mit dem Gerät, dann scannt ihr nochmal mit dem Handy und dann wird erst die Transaktion ausgelöst. Dabei lest ihr praktisch wirklich alle Transaktionsdetails, sodass ihr sie lesen müsst. Und das hat natürlich auch einen großen Vorteil gegenüber Anfängern, weil es ist natürlich so auch weniger fehlerempfindlich, muss man dazu sagen. Wo hat das Ding aber seine Nische bei mir vor allen Dingen gefunden, so als Krypto-Experte? Und zwar finde ich Ledger unheimlich schrecklich am Handy zu nutzen, am Tablet oder auch mal einfach nur an einem Laptop, der vielleicht kein USB-C gerade hat oder sowas. Oder wo man halt nicht sich unbedingt mit verbinden will. Und da kommt tatsächlich das Handy in Verbindung mit der App, weil es ist einfach gleich groß. Ihr könnt es einfach in die Hosentasche beides stecken, es fällt nicht auf, es ist wirklich cool in der Hinsicht. Und wenn man die zwei Geräte einfach mal entspannt mitführt, hat man den Vorteil, man kann in der App sich ordentlich mit den Tabs verbinden, man kann ordentliche Transaktionen auslösen. Das funktioniert richtig, richtig cool, muss man dazu sagen. Zusätzlich zu dem kleinen Ding, wie gesagt, das ist aus einem Guss, hat eine Kamera. Das heißt, das ist wirklich nicht mit dem Rechner jemals verbunden, was dazu führt, dass ihr es auch an irgendwelchen Sketchy-Rechnern von Freunden oder sowas ruhig mal anstecken oder benutzen könnt. Anstecken tut man es ja nicht und damit auch die Security im Endeffekt hat. Das ist zertifiziert auf Stufe 5 im Endeffekt vom Chip her. Es gibt mittlerweile Stufe 6, braucht man nicht, ehrlich gesagt, weil man kommt an den Chip nicht dran. Was aber auch ein cooles Feature ist, was ich tatsächlich selber ein bisschen verbockt habe. Und zwar, wenn man das Ding aufbricht oder es runterfällt oder geklaut in der Hinsicht wird, also wenn irgendjemand praktisch damit versucht, fünfmal den falschen Code einzugeben, dann löscht sich die gesamte Firmenware und ihr müsst einen Firmenware-Flash machen. Und ratet mal, wer es geschafft hat, instant sein Passwort für dieses Ding zu vergessen, weil er es sich nicht aufgeschrieben hat und dann erst mal ein neues Firmware-Update machen musste. Also Security vom Experten geprüft, kann man nur sagen. Ja, finde ich absolut super, dass dann wirklich alles weg ist. Eure Keys könnt ihr ja wieder herstellen, die müsst ihr natürlich aufschreiben am Anfang. Hier gibt es auch nochmal ein zusätzliches Feature, was ich sehr am Misse bei vielen anderen Wallets. Und zwar könnt ihr ein 25. Wort machen. Das heißt, ihr erstellt 24 Wörter und noch ein 25. das extra. Das heißt, selbst wenn die Software mehr oder weniger Fehler hat und die 24 generierten, warum auch immer, was eigentlich fast nicht möglich ist, in die Hände von jemandem kommen sollten. Ja, dann weht ohne dem 25. Custom-Wort, kann der immer noch nichts machen. Und da das ja definitiv von euch erstellt wurde und nur da oben drin sein sollte, im besten Fall, schreibt es euch trotzdem auf, die meisten wie ich vergessen es dann halt, dann müsst ihr im Endeffekt kaum auf Security in der Hinsicht achten. Ich sage mal kaum, weil ja, Experten sind immer noch da in einer gewissen Weise. Aber eigentlich kommt niemand jemals, egal wie, an diese Keys ran, wenn ihr sie nicht blöd auf einem Zettel habt und davon ein Bild auf Twitter dann teilt, wie es manche Leute machen. Aber ja, wie gesagt, das Ding ist echt cool in Kombination mit Handys, Tablets und, und, und. Also das ist wirklich absolut ein offline-kompatibles Wallet mit Safe-Zerstörung, offline-Updates, wer das unbedingt machen will. Ich persönlich mache kaum Updates, sondern ich kaufe mir so ein Ding lieber neu. Aber bei einem stolzen Preis von 200 Dollar fast, verstehe ich auch, dass man eher mal ein Update macht. Braucht man aber ehrlich gesagt meistens nicht, wenn man so ein bisschen die Logs anguckt, dann kommen neue Tokens dazu und, und, und. Ich persönlich nutze es sowieso nur für die ERC-20-Chain und für die Solana-Chain und mache darauf im Endeffekt meine DeFi-Spieler rein. Dafür ist das Ding richtig cool, ohne dass man eigentlich Updates machen muss. Man sollte immer ein bisschen gucken. Das ist auch der einzige Manko von dem Ding. Wenn ihr einen Update macht, muss das per SD-Card eingespielt werden. Es ist eine SD-Card dabei, die funktioniert auch super, es ist aber kein Reader dabei. Das heißt, ihr braucht einen Laptop oder einen extra Reader, wenn ihr das Ding wirklich flashen wollt, um ein neues Update aufzuspielen. Oder wenn es euch runtergefallen ist oder wenn es halt tatsächlich im Endeffekt ihr das Passwort mehrmals falsch eingegeben habt, dann braucht ihr im Endeffekt ein neues Update. Ansonsten würde ich die Finger von Updates immer lassen, ist meine persönliche Meinung. Aber ich bin halt auch der Typ, der sich halt jedes Jahr einen neuen Ledger dann kauft mit einem neuen Update im Endeffekt, um es nicht selber zu machen und um keine direkte Verbindung herzustellen zum Internet. Das ist natürlich echt ein bisschen psychopathisch, muss ich gestehen, was Sicherheit angeht. Aber wenn man größere Summen wirklich hat, ich sage mal ab 1000, 2000 Dollar in Krypto investieren will und weiß, ich will noch mehr machen, Dann sollte man sich unbedingt entweder so ein Elipel als Anfänger holen oder einen Ledger. Das sind so meine zwei Empfehlungen, die ich wirklich ohne Sorge aussprechen kann und cool finde. Wo ich definitiv die Finger davon lassen sollte, installiert keine Software-Wallets ohne eine Anbindung an Ledger oder an dieses Ding. Dazu sollten noch gesagt werden, am Rechner funktioniert das Ding auch super. Man kann einfach im Endeffekt das über Wallet Connect verbinden und dann hat man damit kein Problem. Ich habe eigentlich tatsächlich kaum Mankos bei dem Ding zu sagen. Was mich ein bisschen gestört hat, ist die Akkulaufzeit. Hatte ich jetzt ein oder zwei Mal. Danach ist das Ding wie Nokia tatsächlich gar nicht mehr ausgegangen, was mich ein bisschen verwundert hat. Also von daher habe ich da auch kaum was zu sagen. Und dass es halt ein bisschen langsamer, dafür aber userfreundlicher ist. Also wenn du ein Experte bist, weiß ich nicht, ob dir das ein bisschen zu langsam ist. Erst einscannen, das scannen, nochmal nachgucken. Aber wenn du die Security, sage ich mal, auch als Experte oder als sehr großer Nutzer von DeFi und Co. bist, dann ist das natürlich auch eigentlich fast ein Must-Have, dieses kleine Ding. Ja, ich hoffe, die kleine Einschätzung hier hat euch gefallen und einfach mal was Neues gezeigt. Ja, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da, wenn es euch denn gefallen hat. Schreibt doch gerne mal rein, was ich noch so reviewen soll von diesen Dingern. Oder ob ich nochmal was anderes vorstellen soll. Ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren und haut rein.